Du liebst Hörspiele aus der guten alten Zeit? Dann willkommen bei Hör mal zu. Hörspiele und Co. Dr. Flemming? Wer sind Sie? Lieutenant Columbo, Polizei. Ich verstehe nicht. Was ist dir vorgefahren? Wo ist meine Frau? Wäre vielleicht besser, wenn Sie sich erstmal setzen. Ich muss Ihnen was Unangenehmes sagen. Ist meiner Frau irgendwas passiert? Wollte Sie sich bestimmt nicht setzen? Reden Sie bitte. Hat sie einen Unfall gehabt? Nicht direkt. Reden Sie raus mit der Sprache. Es war so. Jemand hat eingebrochen und versucht, Sie zu töten. Versucht, Sie zu töten? Ja, Doktor. Sie kann von Glück sagen, dass sie noch lebt. So, sie lebt also noch. Und wo ist sie jetzt? Sie lebt im Krankenhaus. Möchten Sie vielleicht was trinken? Wasser, Brandy oder Whisky? Nein, nein. Ich möchte nur wissen, wie es ihr geht. Ist sie bei Bewusstsein? Haben Sie sie verhört? Nein, bis jetzt nicht. Sie ist immer noch bewusstlos. Wie ist ihr Befinden? Ist sie verletzt? Ich bin ihr Mann. Ich will die Wahrheit wissen. Steht schlecht an Sie, Doktor. Wir hoffen nur, dass sie für ein paar Augenblicke zu sich kommt, um uns einen Hinweis zu geben. Ich muss sie unbedingt sehen. Warten Sie, Doktor. Wäre es nicht besser, dass Sie mal eine Weile ausruhen? Es war doch immerhin ein Schock. Regreifen Sie denn nicht? Meine Frau aus dem Krankenhaus stirbt womöglich. Ich möchte Sie sehen. Also gut, ich habe einen Wagen vom Haus. Ich bin nicht in der Stimmung, mit jemandem zu sprechen. Na, vielleicht ist es das Krankenhaus. Man weiß da, dass ich hier bin. Hallo? Hier, Dr. Flemming. Gott sei Dank, dass du zurück bist, Liebling. Ich muss unbedingt mit... Nein, Bedauere. Heute kann ich Sie auf keinen Fall empfangen. Ich werde Sie für Freitag 14 Uhr vormerken. Meine Sekretärin ruft Sie noch mal an. Ray, ist jemand bei dir? Die erwarten, dass man Tag und Nacht für Sie da ist. Hm, da können wir uns die Hand reiten. Schwester, ich bin Dr. Flemming. Meine Frau liegt bei Ihnen. Ich möchte gerne zu ihr. Tut mir leid, Sie gehört zu den kritischen Fällen. Wir dürfen keine Besucher zu ihr lassen. Schwester, ich bin selbst Arzt. Bedauere, Doktor. Ich muss mich nach meinen anderen... Ist Dr. Lansbury hier noch immer Chefarzt? Ja. Dann sagen Sie ihm, Dr. Ray Flemming wäre hier und möchte ihn gern sprechen. Es könnte sein, dass der Chef noch im OP ist. Was heißt könnte? Ich bitte, dass Sie rückfragen, ja? Dr. Lansbury, bitte. Hier, Aufnahme. Dr. Flemming ist gekommen. Er möchte unbedingt zu seiner Frau. Ja, vielen Dank. Er wird gleich ausgerufen. Danke, Schwester. Ja, ja, wir gehen ja schon. Der Amtsschimmel wiehert überall. Ja, wo man auf ihn kommt, Doktor. Dann wollen wir uns mal mit Ihrem befassen. Dr. Lansbury. Sie müssen schon deutlicher werden. Ihrem Büro kam, meine ich. Hat der, ähm, der Dieb... Hat er irgendwelche Spuren hinterlassen? Niveau, nicht einer einzigen. Aber man muss abwarten. Vielleicht erwischen wir den Burschen, wenn er versucht, das Zeug an den Mann zu bringen. Wir können es nicht behaupten, aber wir stehen auf dem Standpunkt, dass er den Schmuck ihrer Frau und noch andere Dinge mitgehen ließ. Ach, da habe ich eine Bitte, Doktor. Stellen Sie doch bei Gelegenheit eine Liste der gestohlenen Sachen auf. Selbstverständlich. Gut, und anhand dieser Liste werden wir Heeler und Pfandleiher überprüfen. Vielleicht haben wir Glück. Vielleicht taucht was auf. Ach so, ich wollte Ihnen ja noch ein paar Fragen zur Vervollständigung meines Berichts stellen. Dr. Miller, Sie waren in Mexiko. Sagen Sie mir, wo und, äh, was Sie dort gemacht haben. Sie haben nicht zu viel, ich ein Bleistift bei sich. Ja. Dankeschön. Meine Frau legt mir jeden Morgen einen neben den Frühstücksteller, aber ich verliere diese blöden Dinge einmal. Oh ja, richtig, wir wissen, dass Sie in Mexiko waren, aber... Die dortige Polizei konnte Sie nicht ausfindig machen, Doktor. Natürlich, ja. Ich war in einem kleinen Dorf etwa 20 Meilen von Acapulco entfernt. Es war wunderbar ruhig und erholsam dort. Ich weiß nicht mal, ob jemand Telefon hat. Ach, was? Dr. Lansbury, bitte mit der Aufnahme in Verbindung setzen. Ich, ähm, ich nehme an, Sie wissen bereits, was im Flugzeug vorgefallen ist. Ja, natürlich, ja. Wir hörten von dem Mann an der Abfertigung, dass Sie mit Ihrer Frau an Bord gegangen waren. Darüber waren wir verblüfft. Dann setzten wir uns mit der Stewardess in Verbindung und die hat uns berichtet, was ich abgespielt hatte. Es war, es war meine Schutt. Wir haben uns plötzlich in der Maschine gestritten. Über irgendetwas Lächerliches. Ich, äh, ich habe niemals geglaubt, dass sie weglaufen würde. Von dort ist sie vermutlich sofort nach Hause gefahren und ins Bett gegangen. Kurz vor Mitternacht ist sie dann überfallen worden. Wir wissen ja genau, dass sie um zehn auf dem Flugplatz war. Dr. Wund, bitte in den Umweg. Lieutenant, wenn ich, äh, wenn ich Ihnen in irgendeiner Form behilflich sei... Nicht nötig, nein. Nein, wenn Sie die Aufstellung machen würden, wäre ich Ihnen dankbar. Ich denke dran. Schön. Oh, Doktor, noch etwas, bevor ich es vergesse. Ich habe mir von Ihnen ein Foto ausgebockt. Ich hoffe, Sie haben nichts dagegen. Was für ein Foto? Einen Schnappschuss von Ihnen und Ihrer Frau. Wir brauchten etwas für die Stewardess. Sie verstehen zur Identifizierung. Ich verstehe. Sie ist noch nicht wieder zurück. Wir haben uns telefonisch mit ihr in Verbindung gesetzt und ihr das Foto per Wildfunk übermittelt. Und? Sie hat Ihre Frau identifiziert. Das Foto war etwas verschwommen, aber sie hat sie wiedererkannt. Hallo, Ray. Guten Tag. Ich habe gehofft, dich hier zu finden. Wie geht's, mein Junge? Ich versuche, mich aufrechtzuhalten. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Es ist furchtbar. Wir haben Sie doch am Abend vorher noch gesehen. Ja, Bert. Was ist denn am Freitagabend noch passiert? Als ich anrief, wollte der gerade wegfahren. Sind wir auch. Als wir im Flugzeug waren, haben wir uns gestritten. Carol sagte, sie käme nicht mit und lief weg. Das hätte ich verhindern müssen. Du brauchst dir keinen Vorwurf zu machen. So was kann kein Mensch voraussehen. Ich danke dir, Bert. Hat er sich inzwischen gemeldet? Nein, bis jetzt doch nicht. Lieutenant Colombo. Mein Name ist Gordon, Vertreter des Generalstaatsanwalts. Ja, Sir, ich weiß. Dr. Fleming ist ein guter Freund von mir. Tun Sie bitte alles, was in Ihrer Macht steht. Ich werde mir Mühe geben, ja. Ray, wir werden den Mann finden, der das auf dem Gewissen hat. So wie es Carol besser geht, bekommen wir die Beschreibung des Verbrechers. Übrigens, Cynthia möchte, dass du ein paar Tage bei uns wohnst. Danke, aber das möchte ich mir noch überlegen. Das verstehe ich. Dr. Fleming, der Chef ist am Apparat. Danke. Hallo, Dr. Lansbury. Ich möchte Sie um einen Gefallen bitten. Eine Frage. Liegen schon Ergebnisse vor? Dr. Miller, wenn Sie die Zentrale haben? Ja, wissen Sie, das ist noch ein bisschen zu früh, aber ist ja bekannt. Früher oder später ergibt sich was. Ich plädiere mir für früher, ja, Lieutenant? Ja, ich tue mein Bestes. Davon bin ich überzeugt. Ich brauche wohl nicht zu erwähnen, dass dies für Sie sozusagen die Chance Ihres Lebens ist. Wenn Sie Erfolg haben, dann fallen Sie ein paar Stufen drauf. Lieutenant. Ich bitte um Verzeihung, aber mir ist da eben was eingefallen. Darf ich wissen, was? Nichts von Bedeutung. Es ist nur, Dr. Fleming hat nicht mal nach seiner Frau gerufen, als er von diesem Trip zurückgekommen ist. Worauf wollen Sie hinaus? Ich war gerade im Schlafzimmer und habe ein paar Dinge überprüft. Plötzlich höre ich, wie er reinkam, aber gesagt hat er kein Wort. Komisch, wie verschieden doch die Menschen sind. Nehmen wir mich zum Beispiel. Wenn ich von der Fahrt zurückkomme, dann rufe ich als erstes laut und deutlich, Schätzchen, wo steckst du? Worauf wollen Sie hinaus? Was wollen Sie damit beweisen? Beweisen? Gar nichts wollte ich beweisen. Es klang aber so, als wollten Sie was Bestimmtes sagen. Der Mann hat offen zugegeben, dass er Streit mit seiner Frau gehabt hat. Vermutlich hat er heute Morgen noch den Beleidigten gespielt. Ich wollte ja nichts mehr sagen. Ich hatte ja wohl bereits erwähnt, dass Dr. Fleming ein persönlicher Freund von mir ist. Und ich möchte darum bitten, dass er in diesen schweren Stunden vor taktlosen Bemerkungen verschont bleibt. Verzeihung, tut mir leid, Mr. Gordon. Ich werde meinen Mund halten. Dr. Bryce, Sie werden im OP vielmehr lang. Ja, vielen Dank, Linsbury. Er hat mir erlaubt, Sie zu sehen. Fein. Soll ich dich begleiten? Sei nicht böse, aber ich möchte mit ihr allein sein. Ich muss allerdings mitgehen, Doktor. Wieso? Ja, einer unserer Leute ist an der Tür postiert. Moment, geht in Ordnung, Tommy. Das ist Ihr Mann. Nicht zu machen, Chef. Im Augenblick darf ja niemand rein. Warum nicht? Sie ist bei Bewusstsein. Der Arzt ist bei ihr. Vielleicht haben wir Glück, Doktor. Doktor, ich bin der Mann der Patientin. Geht es ihr besser? Tut mir leid. Sie ist eben eingeschlafen. Na, auch ein bisschen frische Luft schnappen? Ich war gerade auf dem Rückweg vom Mittagessen. Da habe ich ja Glück gehabt. Ich wollte Sie nämlich in Ihrer Presse absuchen. Haben Sie was dagegen, wenn ich Sie begleite? Nicht. Gibt es was Neues? Kann man nicht behaupten, Doktor. Wir treten auf der Stelle. Warten, bis unser Freund versucht, den Schmuck abzustoßen. Ich könnte mir vorstellen, dass er damit noch eine Weile wartet. Haben Sie vermutlich recht. Ist angerufen worden, Miss Petry? Ja, fünf oder sechs Mal. Ich habe Ihnen alles auf den Schreibtisch gelegt. Kaum ist man wieder im Lande. Sofort soll man ein Händchen halten. Ich bin in meinem ganzen Leben noch nicht in der Praxis eines Psychiaters gewesen. Das ist das erste Mal. Ich vermisse die berühmte Couch. Sie vermissen meine Patienten auch. Sie verleitet uns um sich gehen lassen. Stimmt genau. Sie haben den Nagel auf den Kopf getroffen. Wenn Sie mich in die Horizontale bringen, schlafe ich sofort ein. Aber der Raum gefällt mir. Wirkt so beruhigend. Trägt bestimmt dazu bei, die Patienten zum Sprechen zu bringen. Ich meine, ich habe eine Schwester. Die hat ein Wohnzimmer. Ganz modern eingerichtet. Wenn man sie besucht, setzt man sich hin und wagt nicht, den Mund aufzumachen. Natürlich fehlt auch nicht der typische Couchtisch in Nierenform. Mir wird schon ganz übel, wenn ich ihn mir bloß ansehe. Ihr Mann redet nicht viel an. Ich möchte behaupten, als sie den Tisch anschleppte, hat sie ihm die Rede verschlagen. Lieutenant, kann ich irgendwas für Sie tun? Nein, 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 Doktor. Nicht, dass ich wüsste. Nein, ich wollte Ihnen nur Ihren Kugelschreiber zurückbringen. Ganz vergessen, Ihnen den zurückzugeben. Danke, ich habe Ihnen nur eins vermisst. Sie machen sich ja keinen Begriff, wie vergesslich ich bin. Meine Frau sagt immer, ich hätte den Kopf wie ein Sieb. Haben Sie wirklich nichts weiter auf dem Herzen? Na ja, aber es ist nicht wichtig. Eine Kleinigkeit macht mir zu schaffen. Und das wäre? Es betrifft Ihr Gepäck. Mein Gepäck? Scheint kein Benzin mehr drin zu sein. Oder bin ich zu unbegabt? Na bitte. Der reinste Flammenwerber, oder? Sie sprachen von meinem Gepäck. Ja, Sie haben doch zwei Koffer mitgenommen, nicht wahr? Ja, man nimmt immer mehr mit, als man braucht. Ich war vorhin auf dem Flugplatz. Eine der üblichen Routineuntersuchungen. Ihr Gepäck hatte 13 Pfund Übergewicht. Die bewahren dann nämlich die Unterlagen auf. Stimmt, ja. Ist denn irgendwas merkwürdig daran? Auf dem Rückflug. Ich weiß, es ist nur eine lumpige Bagatelle, die nichts auf sich hat. Aber da waren es nur vier Pfund Übergewicht. Nun frage ich mich, was ist mit den restlichen neun Pfund geschehen? Mir ist nicht klar, was das mit dem Tod meiner Frau zu tun hat. Das gehört zu meiner Arbeit. Ich muss dafür sorgen, dass Stein für Stein zusammengetragen wird. Vielleicht haben Sie es bestimmt nicht. Es ist ein weiter Weg bis zum Flugplatz. 45 Minuten. Meine Güte, dieser Flugplatz. Wenn Sie da wieder raus wollen, brauchen Sie einen Kompass. Was? Lieutenant, was die neun Pfund betrifft, ich hatte einen Stapel Fachzeitschriften mitgenommen. Literatur über Medizin. Sie wissen, im täglichen Trotz bleibt einem dafür nie Zeit. Bildungslücken aufhören, was, Doktor? So kann man es auch nennen, ja. Und die haben Sie nicht wieder mitgebracht? Es war nichts Wertvolles dabei. Warum sollte ich mich damit unnötig belasten? Mhm. Und Sie meinen, dieses Zeug hat neun Pfund gewogen? Muss wohl. Wie wollen Sie sonst das fehlende Gewicht erklären? Richtig. Na also, dann tappen wir hier auch nicht mehr im Dunkeln. Ich danke Ihnen vielmals. Tut mir leid, dass ich Sie bemüht habe. Aber ich bitte Sie. Achso, da fällt mir ja noch was ein. Sie erinnern sich wohl nicht mehr, was Ihre Frau an dem Abend angehabt hat. Tja, meine Frau hatte so viele Kleider. Ist das wichtig? Na ja, in gewisser Weise schon. Mal nachdenken. So viel ich weiß, trug sie ein dunkelblaues Wollkleid mit Metallknöpfen. Ich müsste mich sehr irren. Nein, nein, das ist richtig. Das hat mir die Stuart das auch gesagt. Übrigens, sie ist wieder im Lande. Ich hab mit ihr gesprochen. Sie erzählte mir, Ihre Frau habe ein dunkelblaues Wollkleid getragen und Wildlederhandschuhe. Also, dann muss es stimmen. Trotzdem irgendwie komisch. Was hat Sie, nachdem Sie zu Hause war, mit den Handschuhen und dem Kleid gemacht? Als wir die Wohnung durchsucht haben, haben wir die Sachen nicht gefunden. Vielleicht hat der Kau Sie mitgenommen. Ja, vielleicht. Wäre immerhin möglich. Sie haben hoffentlich die Sachen mit auf die Liste gesetzt, oder? Ich bitte Sie, Lieutenant. Glauben Sie wirklich, dass ich die Sachen vermisst habe? Je mehr man darüber nachdenkt, desto merkwürdig ist es. Warum sollte der Kerl ein paar Handschuhe und ein Kleid mitnehmen? Was für einen Wert hat das? Sie wissen selbst, dass die Menschen nicht immer logisch handeln. Das ist ein wahres Wort, Doktor. In meinem Beruf kann man ein Lied davon singen. Sie werden ja auch Ihre Erfahrungen haben. Entschuldigen Sie bitte. Ja? Miss Hudson ist hier, Doktor. Ich bin sofort fertig. Eine Patientin wartet auf mich, Lieutenant. Oh, gut. Ist fast zwei. Oh, das wird die sein, die sie in ihrer Wohnung angerufen hat. Sie sind gar nicht so vergesslich, wie Ihre Frau behauptet. Oh, wissen Sie, Doktor, manches bleibt haften, manches nicht. So dumm, dass ich Ihnen keine Auskunft über Kleid und Handschuhe geben konnte, aber vielleicht haben Sie beides übersehen. Ja, da dürften Sie vermutlich recht haben. Ach, hören Sie, hätten Sie was dagegen, wenn ich heute Nachmittag vorbeikomme und nochmal nachsehen? Wann werden Sie zu Hause sein? Vor fünf auf keinen Fall. Sagen wir, ich bin um halb sechs bei Ihnen. Gern, wenn Sie meinen, dass es nötig ist. Ist wieder nur ein Steinchen in dem Mosaik, Sie verstehen. Auf Wiedersehen. Äh, Miss? Ja? Entschuldigung, wie war Ihr Name gleich? Joan Hudson, wieso? Verzeihung, dass ich Sie belästigt habe. Wer war der Mann da draußen? Lieutenant Colombo, Kriminalpolizei. Warum? Er wollte meinen Namen wissen. Hast du ihn genannt? Ja, wieso durfte ich das nicht? Ray, stimmt etwas nicht? Er war bei mir, als du mich angerufen hast. Du solltest dich doch nicht bei mir melden. Das musste ich doch. Als ich las, dass Carol noch lebt, wollte ich dich warnen. In Ordnung. Wir brauchen uns den Kopf nicht heiß zu machen. Du bist eine Patientin wie jeder andere. Und jetzt... Richtig, ich muss sofort die Reinigung anrufen. Da hast du alles getan wie verabredet, hm? Du hast doch das blaue Wollkleid und die Handschuhe mit in den Wäschebeutel gelegt, hm? Ach, die Handschuhe. Ja, Kleid und Handschuhe. Wir hatten das doch genau besprochen. Was ist denn? Als die Maschine weg war, habe ich mich im Waschraum umgezogen, habe die Sachen in meine Tasche gesteckt. Dann bin ich in deine Wohnung gefahren, habe das Kleid in den Wäschebeutel gesteckt. Und weiter? Aber die... die Handschuhe habe ich völlig vergessen. Ich habe überhaupt nicht mehr daran gedacht, bis du sie eben erwähnt hast. Wir sind doch alles, wer weiß, wie oft bis aufs i-Tüpfelchen durchgegangen. Tut mir leid. Aber was ist denn schon dabei? Sind die so wichtig? Ob die wichtig sind? Wo hast du die Handschuhe gelassen? Sie sind bei mir zu Hause noch immer in der Tasche. Ich habe sie nicht getragen. Mal überlegen. Mit dem Kleid haben wir überhaupt keine Schwierigkeiten. Das ist in der Reinigung. Und was ist mit den Handschuhen? Ein paar Handschuhe kann man sehr leicht übersehen. Wir können sonst wo liegen. Pass auf. Columbo kommt heute Nachmittag nochmal in meine Wohnung, um alles zu durchsuchen. Du fährst sofort zurück, holst die Handschuhe und fährst auf dem schnellsten Weg zu mir. Ich komme in etwa einer Stunde. Dann kann ich sie nicht einfach wegwerfen. Weil ich möchte, dass er sie findet. Ich verstecke sie in ihrem Schreibtisch. Diesmal wird Columbo sie finden. Möchtest du was trinken? Bitte, ja. Bist du mir wirklich nicht böse? Nein, überhaupt nicht. Ich möchte mich am liebsten selbst ohrfeigen. Immer und immer wieder habe ich mir wiederholt, was ich tun muss. Aber diese dummen Handschuhe. Mach dir bloß keine Gedanken mehr. Das haben wir ja hingebogen. Ich habe dich vermisst. Zum Glück hatte ich Arbeit, sonst hätte ich die Woche nicht überstanden. Jetzt haben wir es hinter uns. Und was ist mit diesem Mann, diesem Columbo? Den wirst du nie wiedersehen. Aber was will er von dir? Warum belästigt er dich? Weil Carols Tod fast zu perfekt war. Das irritiert ihn. Es ist wie ein Staubkorn in seinem Auge. Der bringt es fertig und sucht im Alten Testament nach Fehlern. Dich scheint das nicht aus dem Gleichgewicht zu bringen. Ich wüsste nicht, warum. Was er auch vorbringt, ich habe eine Antwort parat. Und wenn er mir nichts nachweisen kann, wird er eine andere Spur verfolgen. Ich wünschte, ich konnte es so wie du sehen. In den vergangenen Tagen habe ich immer wieder versucht, eine Entschuldigung zu finden für das, was wir getan haben. Es war umsonst. Ich habe keine gefunden. John, es gab keine andere Wahl. Und das rechtfertigt ihren... Ja. Wir lieben uns. Und wollen eine gemeinsame Zukunft. Das rechtfertigt wohl alles. Gewiss, das ist nicht etwas, was man einfach vergisst. Es darf aber nicht das zerstören, was wir gewonnen haben. Ich weiß, Liebling. Wir brauchen nur abzuwarten. Ich verspreche dir, ich entschädige dich für alles. Wollten Sie einbrechen, Lieutenant? Doktor, ich dachte nur, Sie haben so viel zu tun. Da wollte ich Ihnen nicht die Zeit stehlen und allein suchen. Ich möchte Ihnen nicht mehr Unannehmigkeiten machen, als unbedingt nötig. So viel ich weiß, braucht man einen Durchsuchungsbefehl. Ich glaubte, das wäre in diesem Fall nicht nötig, Doktor. Sie haben mir ja selbst die Erlaubnis gegeben. Eine Frage. Wie kommt es, dass Sie schon hier sind? Es hat mir auch keine Ruhe gelassen. Ich wollte Ihnen ebenfalls Zeit ersparen. Da liegen die Handschuhe, Lieutenant. Ich hab sie in einer Schreibtischschublade gefunden. Was sagt man nun dazu? Wir haben den ganzen Schreibtisch durchsucht. Haben wir also doch was übersehen. Das Kleid haben Sie aber nicht zufällig gefunden. Nein, ich habe das Unterste zu oberst gekehrt. Es ist nicht hier. Ich möchte nur wissen, was Sie damit gemacht hat. Diese Frage hatten wir uns schon gestellt. Wollen wir nicht beide nochmal nachsehen? Äh, Lieutenant. Hä? Es ist nicht in meiner Wohnung. Ich habe sämtliche Schränke durchsucht. Sie haben doch einen Wäschebehälter in Ihrem Schlafzimmer, nicht wahr? Aber ich sagte Ihnen doch gerade... Mach gar keine Mühe, nochmal nachzusehen, hm? Lieutenant. Würden Sie wohl so freundlich sein und aufmachen? Ich möchte niemanden sehen. Würde ich auch Reinigung? Ähm, Doktor, hier. Wie viel macht es? 4,50. Stimmt so, danke. Danke, Sir. Doktor, ist das nicht das bewusste Kleid? Selbstverständlich. Wie kommt denn das bloß? Sie muss es für die Reinigung rausgelegt haben, als Sie vom Flugplatz kamen. Ja, das leuchtet mir ein. Und es passt zu der gegebenen Beschreibung. Darf ich es mir mal ansehen? Bitte, sehen Sie es sich genau an. Und dann werde ich in meine Praxis zurückfahren. Wir haben ja beide schließlich genug Zeit vergeudet. Ich verstehe Sie. Glauben Sie mir, es tut mir leid, Doktor. Aber ich weiß, dass ich mich bei Ihnen unbeliebt gemacht habe. Ja? Äh, Lieutenant. Ja? Ist für Sie. Danke. Ja. Na ja, Columbo. Ja. Wer? Sind Sie sicher? Na bitte, was sagt ein Mensch dazu? Ähm. Ja. Wo stecken Sie? Natürlich. Ich bin sofort da. Hm. Und das wäre es dann, Doktor. Wäre was? Eben hat jemand ein Geständnis abgelegt, dass er Ihre Frau ermordet hat. Da bin ich ja gespannt. So wie ich genau weiß, was los ist, Doktor, rufe ich Sie an. Ist das nicht komisch, wie solche Dinge sich aufklären? Wie hast du das Fenster eingeschlagen? Ich hatte eine Taschenlampe bei mir. Die habe ich durch die Scheibe gestoßen. Was ist dann passiert? Habe ich doch schon gesagt. Sie kam raus. Ich hatte nicht damit geredet, dass Sie zu Hause war. Sie meinen Mrs. Fleming? Ja. Sie hatte nur einen Morgenrock an. Hm. Weiter. In dem Augenblick, als sie mich entdeckte, schrie sie wie verrückt. Ich lief hin, um Sie zum Schweigen zu bringen. Ich habe ihr mit der Hand in den Mund zugehalten. Und dann... Dann habe ich sie erwürgt. Und was geschah dann weiter? Habe ich ja auch schon gesagt. Ich habe mir die Sachen zusammengesucht. Die Bestecke, ein paar silberne Leuchter, ein paar Feuerzeuge und den Schmuck. Hast du auch Geld genommen, Tommy? Ja, es waren etwa 50 Dollar im Portemonnaie. Wo sind die Sachen geblieben, die du gestohlen hast? Die sind bei einem Heeler. Wo? Warum soll ich ihn verpfeifen? Wie viel hat er dir dafür bezahlt? Wie oft wollen Sie das noch mit mir durchkauen? Ich habe gesagt, ich habe sie getötet. Das dürfte genügen. Tommy. Warum hattest du es besonders auf diese Wohnung abgesehen? Ich habe sie mit dem Gepäck wegfahren sehen. Auf den Koffern waren die Buchstaben RF. Ich sah mir die Briefkästen an. Da stand Dr. Ray Fleming. Penthouse. Der einzige Name, der zu den Buchstaben passte. Du bist ein kluges Kerlchen, Tommy. Wie viele Jobs hattest du in den vergangenen zwei Monaten? Ein oder zwei. Wenn ich eine feste Arbeit hätte, würde ich ja wohl nicht einbrechen. Nein, wahrscheinlich nicht. Das war's. Sie können ihn wiederführen. Das ging heute aber schnell. Wenn jemand so gut mit uns zusammenarbeitet. Ich glaube kein Wort von dem, was er sagt. Tatsächlich? Warum nicht? Er weiß genau, was gestohlen wurde. Er weiß, wie der Dieb in die Wohnung gekommen ist. Und er weiß, was ihre Frau angehabt hat. Und? Das stand doch wohl Wort für Wort in der Presse. Ja, natürlich. Da haben Sie wiederum recht, Doktor. Der Bursche ist offensichtlich neurotisch. Es gibt Menschen, die nach jedem Mord, von dem Sie hören, das Bedürfnis haben, ein Geständnis abzulegen. Sie haben den unwiderstehlichen Trieb, für etwas zu büßen. Vielleicht will er auch nur in die Zeitung kommen. Glauben Sie mir, die Geschichte ist nicht hieb- und stichfest. Sie haben es wieder mal getroffen. Ach, da fällt mir gerade was ein. Er sagte doch, Ihre Frau habe furchtbar geschrien und daraufhin habe er ihr den Mund zugehalten. Dann habe er die Hände heruntergenommen und habe sie gewürgt. Ich verstehe nicht, worauf Sie hinaus wollen. Ihre Frau ist von hinten erwürgt worden. Die Eindrücke der Daumen waren in ihrem Nacken, nicht vorne. Und ich habe noch was nachgeprüft, Doktor. Tommy ist gegen Paragraf 8 vom Militär entlassen worden, geistig zurückgeblieben. Wenn Sie das wissen, warum fragen Sie, was ich davon halte? Naja, ich wollte sicher gehen. Ich wollte gern noch eine andere fachmännische Meinung hören, seien Sie mir nicht böse. Man braucht kein Psychiater zu sein, um zu wissen, dass der Bursche lügt. Wie meinen Sie das? Weil ich keine Initialen auf meinen Koffern habe. Oh, ich hätte das sowieso noch nachgeprüft, falls Sie Tommy den Schwindel abgekauft hätten. Das habe ich vermutet. Ich habe auch das Gefühl, dass das Verhör verabredet war, wie die ganze Tommy-Episode. Warum um alles in der Welt sollte ich sowas wohl tun, Doktor? Richtig, ich wollte Sie ja noch was fragen. Sind Sie in Acapulco auch fischen gegangen? Wenig, warum? Es ist an sich unwichtig. Es ist nur, ich verbringe jede freie Minute mit Angeln und überlege meine Frau und ich, wo wir in diesem Sommer hinfahren wollen. Ich weiß aus Erfahrung, wenn man in der Gegend bleibt, hat man dauernd Ärger. Der Wurstandsmüll schwimmt überall herum, die Menschen werfen alles Mögliche über Bord. Es ist eine Schande, ein Verbrechen. Naja, ich könnte mir denken, dass man dem im Ozean nicht ausgesetzt ist. Der ist so weit und tief, der verschlingt alles, was man ihm anvertraut. Ach, äh, Doktor, diese Literatur über Medizin, haben Sie die auch zum Fischen mitgenommen? Lieutenant, während der vergangenen Woche haben Sie mir eine Menge belangloser Fragen gestellt. Ich habe es satt, ich werde langsam müde. Oh, entschuldigen Sie vielmals, Doktor. Ich dachte mir nur, ein Brot müsste ein sehr guter Platz zum Lesen sein. Was haben meine Lesegewohnheiten mit dem Fall zu tun? Sie konzentrieren sich auf alles Mögliche, nur nicht auf den Einbrecher. Oder ist es vielleicht eine neue Form polizeilicher Ermittlungen? Ich habe doch nur, äh... Ich will, dass der Mörder meiner Frau gefunden wird, das übrigens völlig nebensächlich. Ich versuche nichts weiter als... Ich weiß, Sie wollen nur die Steinchen zusammentragen. Wenn Sie darauf etwas weniger Zeit verwendeten, würden Sie auch mal etwas Wichtiges finden. Lieutenant, manchmal habe ich den Eindruck, Sie glauben, ich hätte meine Frau umgebracht. Sie? Oh, wo denken Sie hin, Doc? Wie hätten Sie das tun sollen? Sie waren doch nicht hier. Zu meinem Glück haben Sie das nicht vergessen. Es sei denn, Sie denken, ich... Ich hätte jemanden gekauft, um Sie zu töten. Ja, vielleicht diesen Tommy. Vielleicht habe ich den für diesen Mord engagiert. Nein, Doktor, das haben Sie nicht getan. Dieser Mensch wird allmählich zu einer wahren Plage. Telefonanrufe, Frage- und Antwortspiele, er belästigt mich sogar in meiner Praxis. Geradezu lächerlich. Na ja, man kann es auch übertreiben. Ich werde ihn mir vorknöpfen. Das dürfte nicht genügen. Du wirst es nicht für möglich halten, aber im Unterbewusstsein glaubte er, ich hätte etwas mit Carols am Mord. Du? Das soll doch ein Witz sein. Nein, Bart. Columbo ist es verflucht ernst. Sag mal, hast du nicht die Möglichkeit, ihn mir vom Halse zu schaffen? Wenn er so unverfroren und rücksichtslos ist... Aber ich sag's dir doch. Na ja, ich werde mal daran drehen. In Ordnung, betrachte es als erledigt. Das war schmerzlos. Zu Gegendiensten gern bereit... Wozu hat man denn schließlich Freunde? Ich wollte Ihnen nur schnell was erzählen. Das wird Sie vielleicht interessieren. Man hat mich von dem Fall abgezogen. Ich arbeite ab heute nicht mehr daran. Oh. Ja, es kam völlig überraschend. Ich saß gerade an meinem Schreibtisch, da kam ein Anruf von oben. Sie sagten mir, Sie würden mich auf einen anderen Fall ansetzen. Das ist merkwürdig. Und dann musste ich meine Akten Lieutenant Silver übergeben. Ist ein sehr netter Bursch, aber noch sehr jung. Hat zu wenig Erfahrung in solchen Sachen. Eine komische Geschichte. Ich hatte mir fest eingebildet, ich würde gute Arbeit leisten. Das ist ja bedauerlich für Sie. Aber die werden schon wissen, was Sie tun. Und jetzt müssen Sie mich entschuldigen. Ich bin zum Essen verabredet. Gehen Sie zu den Gordons? Wie kommen Sie denn darauf? Ich nehme an, Sie sind mit Mr. Gordon eng befreundet. Habe ich recht? Als wir letzte Woche im Krankenhaus waren, hat er Sie doch gebeten, bei Ihnen zu wohnen. Nein, ich gehe nicht zu den Gordons. Nein? Dann sind Sie mit einer Freundin verarbeitet. Das ist doch etwas, was Sie nichts angeht. Ja, da haben Sie noch wieder recht. Ich muss Sie etwas fragen, Doktor. Würden Sie mich als Patienten annehmen? Sagen Sie das bitte noch mal. Das ist kein Witz. Vielleicht können Sie mir helfen. Ich weiß nicht, aber irgendwas stimmt nicht mit mir. Ich habe das Gefühl, ich falle den Leuten auf den Wecker. Ich mache sie nervös. Und können Sie mir vielleicht verraten, warum? Das ist doch nicht Ihr Ernst. Doch, es ist mir verflucht, Herr Ernst, Doktor. Glauben Sie mir, es ist mir selten etwas so ernst gewesen. Meine Frau meinte, ich sollte mich mal diesbezüglich untersuchen lassen. Und ich sage dir, ich kenne einen Psychiater sogar sehr gut. Und nun habe ich mir gedacht, wenn ich einmal die Woche zu Ihnen käme, dann müsste man das so ausbügeln können. Ich nehme ja an, das ganze Problem liegt... Ich nehme an, ich bin zum Misstrauisch. Ich traue keinem Menschen, und das ist mein kitzliger Punkt. Wenn ich zum Beispiel einem anderen Fall zugeteilt werde, dann bilde ich mir ein, jemand führt was gegen mich im Schilder. Ich frage mich dann sofort, warum, wieso. Wie denken Sie darüber, Doktor? Ich denke, es wäre besser, Sie verschwinden. Wie bitte? Columbo, Sie stehen im öffentlichen Dienst. Wie Sie sagten, bearbeiten Sie den Fall nicht mehr. Wenn Sie mich noch einmal belästigen, wende ich mich an Ihre Vorgesetzten. Überlegen Sie doch nur, damit würden Sie mir überhaupt nicht helfen, Doktor. Columbo, Sie sind einfach umwerfend. Umwerfend. Wieso? Was wollen Sie damit sagen, Doktor? Sie sind bei weitem der beharrlichste Mensch, der mir begegnet ist. Aber sympathisch. Das ist das Erstaunlichste daran. Hat Ihnen schon mal jemand gesagt, dass Sie sehr komisch sind? Wer, ich? Sie, mein Freund. Nun schlägt es aber dreißig. Ich bitte Sie, Kobold. Doch, stimmt genau. Sie wirken auf mich wie ein durchtriebener Kobold, der seine Giftpfeile losschwören lässt. Ja. Man hat Sie aus diesem Fall hinaus expediert, und doch haben Sie die schamlose Unverfrorenheit, zu mir zu kommen und mich zu belästigen. Das bewundere ich. Es irritiert mich, aber ich respektiere es. Das war nett. Wie wäre es mit einem Drink? Warum nicht, ja. Oh, Donnerwetter. Das ist aber raffiniert. Zwischen den Behandlungen können Sie schneller entswitschern, was? Ich habe Sie zwar keinem Test unterzogen, aber ich nehme an, Sie sind auf Bourbon eingeschworen. Na ja. Danke vielmals, Doktor. Worauf wollen wir denn trinken? Oh, ich habe keine Ahnung. Wie wäre es auf Sie und mich? Einverstanden. Lesen Sie viel, Doktor? Ja, wenn ich Zeit habe. Auch Kriminalromane? Das kommt selten vor. Ich leidenschaftlich gern. Ist so entspannend. Die Sache hat nur einen Haken. In der Wirklichkeit sieht alles anders aus. In den Büchern wird der Täter jedes Mal geschnappt, und Sie und ich wissen doch ganz genau, dass es im Leben nicht immer so ausgeht. Sie sind dauernd am Ball, was? Bitte? Die Anspielungen, der Themenwechsel. Sie stecken voller Tücken, Columbo. Selbst die Zigarre ist Mittel zum Zweck. Sie machen mir Spaß, Doktor. Ich will Ihnen mal verraten, wie ich Sie sehe. Sie sagten, Sie brauchten einen Psychiater. Vielleicht brauchen Sie einen, vielleicht nicht. Aber so viel steht fest. Sie sind ein Schulbeisch für Kompensation. Wie war das? Kompensation. Äh, Anpassungsfähigkeit. Sie sind ein intelligenter Mensch, Columbo, aber Sie kaschieren es. Sie tun so, als wären Sie ein Trottel. Und warum? Wegen Ihrer Erscheinung, mein Freund. Sie wissen, Sie würden niemanden durch Auftreten und Benehmen beeindrucken. So machen Sie aus den Mängeln eine Tugend. Sie arbeiten mit dem Überraschungseffekt. Man unterschätzt, verkennt Sie. Und so bringen Sie die Menschen zu Fall. Mich haben Sie heute auch überrascht. Meine Güte, Doktor. Jetzt haben Sie mich aber festgenagelt. Bei Ihnen muss man sich ja verdammt vorsehen. Tja, mein Junge. Ist bewunderungswürdig, wie Sie die Menschen durchschauen. Nun mal langsam. Sie wollen mir schmeicheln. Nein, nein, wirklich ernsthaft. Sie haben eine besondere Gabe. Gewiss ist es Ihr Beruf und Sie haben jahrelang studiert, aber trotzdem, es ist nicht zu fassen. Da kommt jemand und erhält sich mit Ihnen und nach ein paar Stunden wissen Sie alles über ihn. Ganz so ist es nicht. Psychiatrie ist keine Zauberkunst. Das wollte ich damit nicht sagen. Auf keinen Fall. Ich frage mich nur, ob... Aber nein, ich glaube, das ist doch unmöglich. Was ist unmöglich? Es ist vielleicht nicht so schwer, einen Patienten zu analysieren oder jemanden wie mich, der hier dauernd aufkreuzt. Was ist mit einem Fremden, einem Menschen, der... einem Menschen, dem Sie noch nie begegnet sind? Können Sie da auch sagen, was in dem schlummert? Haben Sie eine Vorstellung? Denken Sie an einen bestimmten? Nein, an keinen bestimmten. Sagen wir einen Typus. Einen... einen Mörder zum Beispiel? Na ja, jetzt, dass Sie es selber sagen. Ich glaube, wir sind auf derselben Wellenlänge. Scheint so. Das Gefühl habe ich auch. Also, was ist mit Ihrem hypothetischen Mörder? Also, um es vorwegzunehmen, ich denke nicht an den landläufigen Hitzkopf von einem Burschen, der einem anderen mit einer Flasche über den Schädel haut. Was wissen Sie über den... über diesen Typen an, Doc? Eigentlich müsste ich hierfür Honorar verlangen, aber da wir ja nur theoretisieren, ist es eine kostenlose Konsultation. Sehr schön. Also, wir unterhalten uns über einen Mann, der ein Verbrechen begeht. Nicht von der Art der gewöhnlichen Kneipenprügeleien. Nein, es handelt sich um ein wohldurchdachtes intellektuelles Vorhaben. Was wissen wir über diesen Mann? Offensichtlich ist er nicht impulsiv. Er plant, er kalkuliert, er setzt das Risiko auf ein Minimum herab. Er ist ein ausgesprochener Verstandesmensch. Kein Gefühlsmensch. Und er ist vermutlich sogar sehr gebildet. Wie ein Mann in einem gehobenen Beruf. Wäre durchaus möglich. Auf jeden Fall ein methodischer Mensch. Mit einem Blick fürs Detail. Und Mut. Mit Mut? Selbstverständlich. Wenn man so etwas unternimmt, wie es sich auch abspielt, braucht man ein starkes Nervensystem. Da mögen Sie wohl recht haben, ja. Über eins bin ich mir noch im Unklaren. Der Mann, von dem wir sprechen, hat ein Menschenleben auf dem Gewissen. Würden Sie da nicht sein, dass er geisteskrank ist? Wieso denn? Weil er eine unmoralische Tat begangen hat? Moral ist bedingt, Lieutenant. Ist relativ wie alles Übrige heutzutage. Unser Mörder kann geistig genauso normal sein wie Sie und ich. Töten mag ihm durchaus widerstreben. Aber wenn es die einzige Lösung ist, wendet er sie an. Das ist Pragmatismus, mein Freund. Und kein Wahnsinn. Verraten Sie mir noch eins. Wie kann man einen solchen Menschen schnappen? Überhaupt nicht. Ich fürchte, damit haben Sie recht. Solche Kerle sind einfach zu clever für uns. Ich will damit sagen, wir Polizisten haben die Weisheit nicht gerade mit Löffeln gegessen. Natürlich haben wir ein Plus, das für uns spricht. Wir sind Fachleute. Und nun nehmen wir unseren Freund, diesen Mörder. Gewiss, er ist schlau, aber er ist ein Amateur. Ich möchte so sagen, er bekommt eine einmalige Chance, um zu lernen. Wir dagegen, mein lieber Schwarz. Wir haben Routine. Und bei uns geht das sozusagen um laufenden Band. Wir sind vielleicht nicht so schlau. Haben aber eine enorme Praxis. Die hat Ihnen diesmal aber nicht viel geholfen. Denn bei so viel Erfahrung sind Sie doch zu einem falschen Schluss gekommen. Was meinen Sie damit? Ich bin nicht der Mörder meiner Frau. Das habe ich doch nie gesagt. Nein, gesagt haben Sie es nicht. Durchblicken lassen. Durchblicken lassen kommt schon näher. Aber, falls ich meine Frau getötet habe, hören Sie gut zu, ich sagte, falls, würden Sie mir das nie und nimmer beweisen können. Also, warum trennen wir uns nicht als Freunde? Sie wenden sich einem neuen Fall zu und ich vergesse dieses dumme Gespräch. Es besteht wirklich kein Grund, weshalb wir uns nochmal wiedersehen sollten. So, und jetzt wird es höchste Zeit für mich. Ich gehe natürlich mit Ihnen raus, Doctor. Nein, nein, nicht nötig. Sie bleiben hier, ruhen sich aus, durchsuchen meine Praxis. Oh. Und, falls Sie noch etwas trinken möchten, dann müssen Sie sich selbst bedienen. Guten Abend. Ah, da fällt mir noch etwas ein. Wenn Sie nachher weggehen, machen Sie das Licht aus. Miss Hudson. Wer sind Sie? Lieutenant Columbo, man. Polizei. Wir haben uns neulich getroffen, wissen Sie noch? Und was wollen Sie von mir? Ist hier irgendwo ein Fleckchen, wo man ungestört sprechen kann? Warum? Oh, ich wollte Ihnen nur ein paar Routinefragen stellen. Haben Sie Appetit auf Eiscreme? Nein, danke. Was wollen Sie mich fragen? Könnten wir nicht da reingehen? Donnerwetter ist ja toll hier, was? Lieutenant, würden Sie mir endlich sagen, weshalb Sie hier sind? Ja, selbstverständlich. Ich hoffe, Sie können mir bei einem Fall helfen, den ich gerade bearbeite. Um welchen Fall handelt es sich? Lieutenant. Um den Fall Flemming. Meinen Sie Dr. Flemming, meinen Psychiater? Aha. Hat er Unannehmlichkeiten? Wie bitte? Ich fragte, ob er Unannehmlichkeiten hat. Ja, das kann man wohl sagen. Setzen Sie sich doch missherzen. Wie ist das hier bei Ihnen? Rauchen verboten, oder? Nein. Also dann, wenn Sie einverstanden sind, dann zutze ich mir eine Ahnung. Es gibt viele Frauen, die mögen keinen Zigarrenrauchen. Meiner Frau wäre es lieb, wenn ich eine Pfeife rauche. Aber ich werde mich nie daran gewöhnen. Man muss so viel Zeug mit sich rumschleppen. Sagen Sie mir bitte, wie lange kennen Sie Dr. Flemming? Sie meinen, wie lange ich bei ihm in Behandlung bin? Das ist doch wohl dasselbe, ne? Ich bin seit ungefähr einem Jahr bei ihm. Aha. Das stimmt nur ein. Übrigens, wann haben Sie zum letzten Mal mit Dr. Flemming gesprochen? Letzte Woche, als wir uns getroffen haben. Richtig, stimmt, ja. Lieutenant, würden Sie mir jetzt bitte erklären... Ach, sind Sie Schauspielerin? Spielen Sie in diesem Film mit? Ja, so ist es. Den muss ich mir unbedingt ansehen, wenn er läuft. Was für eine Rolle haben Sie denn? Spielen Sie eine Römerin oder eine Griechin? Müssen Sie sich auch selbst zurecht machen? Was hat denn das alles mit Dr. Flemming zu tun? Sie meinen, bitte? Lieutenant, würden Sie sich wohl etwas klarer ausdrücken? Sie wollen mich über einen Mann befragen, den ich kaum kenne. Sie sagten, er habe Unannehmlichkeiten. Bevor Sie weitere Fragen stellen, möchte ich Sie bitten, mir Näheres darüber mitzuteilen. Ich weiß, es wird für Sie ein Schock sein, Miss Hudson. Aber wir nehmen an, dass er seine Frau umgebracht hat. Sie scheinen überrascht zu sein. Natürlich bin ich überrascht. Das glaube ich auf keinen Fall. Nein? Mhm. Möchte Wösel? In diese Sonnenbrille gehört. Es ist mir völlig unklar, wie die in meine Tasche gekommen ist. Miss Hudson, ähm, Sie scheinen mir nervös zu sein. Haben Sie noch nie im Leben eine Sonnenbrille gesehen? Wollen Sie sie mal aufprobieren? Wieso? Warum? Oh, nur so. Es gibt doch gar keinen Grund, das abzulehnen. Oder doch? Es ist wohl besser, wenn ich gehe. Setzen Sie sich, Miss Hudson. Wenn Sie darauf bestehen, mich zu verhören, rufe ich meinen Anwalt an. Setzen Sie sich. Sie können es mir nicht verbieten, meinen Anwalt anzurufen. Sie haben gar kein Recht, mich zu befragen. Dieser Fall unterliegt nicht mehr Ihrer Kompetenz. Ach nein, woher wissen Sie denn das? Dr. Flemming hat es mir gesagt. Aber Sie sagten mir vorhin, Sie hätten Dr. Flemming seit der letzten Woche nicht mehr gesehen. Er hat mich angerufen. So, ist er so leutselig? Kommt das oft vor? Tun Sie, was Sie wollen, ich beantworte Ihre Fragen nicht mehr. Aber es gibt einen wichtigen Punkt, Miss Hudson, den ich gern klären möchte. Ich bearbeite den Fall noch. Jemand hat versucht, seine Verbindung spielen zu lassen, aber mein Chef schätzt das nicht. Er macht sich seine Gedanken. Er ließ mich rufen und sagte, Lieutenant Columbo, Sie müssen da einen wunden Punkt berührt haben. Machen Sie weiter so. Bleiben Sie am Ball. Er ist ein intelligenter Mann, mein Chef. Ich möchte meinen Anwalt anrufen. Das verstehe ich einfach nicht. Dr. Flemming hat seine Frau umgebracht und Sie wollen Ihren Anwalt anrufen. Können Sie mir dafür eine Erklärung geben, Miss Hudson? Lieutenant, ich wünsche, meinen Anwalt anzurufen. Na schön. Rufen Sie ihn an. Und falls er wissen will, wie die Anklage lautet, Beihilfe zum Mord. So, telefonieren Sie mit ihm, Miss Hudson. Anschließend unternehmen wir eine kleine Fahrt. Eine Fahrt? Ja, wir werden die Stewardess aufsuchen. Wir haben zwar weder das blaue Kleid, noch haben wir die Wildleder-Handschuhe. Die Sonnenbrille brauchen Sie übrigens auch nicht aufzusetzen. Ich vermute, sie wird sie so oder so wiedererkennen. Auch ohne Perücke. Es ist mir völlig unklar, wovon Sie reden. Sie wollen mich nur verwirren. Ich habe damit gar nichts zu tun. Womit? Mit dieser, mit dieser Sache, die Sie von Ray behaupten. Ray? Dr. Fleming. Aber Sie haben ihn gerade Ray genannt. Na und, ist das so schwerwiegend, was ist schon dabei? Er ist mein Arzt. Und Liebhaber? Mein Arzt, Lieutenant. Er sagte, Sie hätten seiner Frau nie kennengelernt. Stimmt, ich bin seiner Frau nie begegnet. Möchten Sie Fotos von ihr sehen? Die wurden im Leichenschauhaus aufgenommen. Ich habe sie mitgebracht. Nein. Weshalb auch? Sie haben ja die Sache im Original gesehen. Das muss ein ziemlicher Schock gewesen sein. Warum lassen Sie mich nicht in Ruhe? Ich habe nichts damit zu tun. Nein. Und was ist mit der Brille? Was ist mit der Sonnenbrille? Was ist mit dem Übergewicht der Koffer? Was ist mit dem Streit im Flugzeug? Ich höre mir das nicht mehr länger mit an. Sie sind doch dort gewesen, als er sie erwürgt hat, nicht wahr? Nein. Soll das bedeuten, dass Sie später gekommen sind? Ich bin überhaupt nicht dort gewesen. Und ich sage, Sie waren dort. Sie werden sich vermutlich umgezogen haben, als seine Frau am Boden lag. Dann sind Sie mit ihm zusammen zum Flughafen gefahren und haben dort den improvisierten Streit mit ihm gehabt. War es nicht so? Nein. War es nicht so? Haben Sie nicht vorher alles genau mit ihm geplant? Haben Sie ihm nicht bei der Durchführung geholfen? War es nicht so? Hören Sie auf! Diese Frau wäre noch am Leben ohne Ihre Hilfe. Ohne Ihre Hilfe wäre sie nie ins Fleischgeschoss gekommen. Hören Sie auf! Hören Sie auf! Hören Sie auf! Hören Sie auf! Wir werden jetzt ins Präsidium fahren und dort machen Sie Ihre Aussage. Nein. Dazu haben Sie gar kein Recht. Ich habe nichts damit zu tun, Lieutenant, verstanden. Gar nichts. Überhaupt nichts. Wenn Sie mich der Stoades gegenüberstellen wollen, bitte. Wenn Sie mich festnehmen wollen, bitte von mir aus. Aber Sie können nichts beweisen, Lieutenant. Entweder sperren Sie mich ins Gefängnis oder Sie lassen mich laufen. Mir ist es gleich, was Sie tun. Sie sind sich hoffentlich darüber klar, dass dies erst der Anfang ist. In gewisser Weise tun Sie mir leid. Von jetzt an werde ich alle mir zur Verfügung stehenden Mittel anwenden, um Sie klein zu kriegen. Dr. Flemming hat einen Fehler gemacht und der sind Sie. Sie sind das schwache Glied in seiner Kette. Heute haben Sie mich überrascht, denn Sie waren stark. Aber es gibt immer einen Morgen und einen Übermorgen. Wir haben Zeit. Früher oder später werden Sie Farbe bekennen. Bis Sie soweit sind, werden Sie verhört. Werden Sie beschattet. Werden Sie gejagt. Und Dr. Flemming kann nichts dagegen unternehmen. Sie müssen allein damit fertig werden, Miss Hudson. Ich schnappe ihn mir. Durch Sie. Darauf gebe ich Ihnen Brief und Siegel. Hallo? Ray, Gott sei Dank. Ich versuche schon seit Stunden, dich zu erreichen. Was ist denn? Du bist so aufgeregt. Columbo war heute Mittag bei mir im Studio. Columbo? Er hat versucht, mich weich zu machen. Hast du ihm was gesagt? Nein, selbstverständlich nicht. Aber er weiß Bescheid. Alles bis ins Kleinste. Sogar das Alibi im Flugzeug. Ach, Vermutungen. Und das sind noch lange keine Beweise. Aber wieso ist er bei dir gewesen? Er hat diesen Fall doch gar nicht mehr. Natürlich hat er ihn. Er wollte nur bluffen. Zwei Beamte sind mir gefolgt und parken vorm Haus. Darüber müssen wir uns persönlich unterhalten. Komm, wie verabredet in meine Praxis. Ich lasse mir was einfallen. Kannst du jetzt nicht vorbeikommen? Wenn die beiden auf der Lauer liegen? Sei doch nicht kindisch. Aber du bist mein Arzt. Was ist denn dabei, wenn du eine Patientin besuchst? Offensichtlich erwartet er, dass wir uns heute noch sehen. Das werden wir ad absurdum führen. Irgendwas müssen wir doch tun. Nein, wir lassen es laufen. Du bist dein letzter Trumpf. Wenn du die Ruhe bewahrst, sind wir am Ziel. Ray, ich muss dich unbedingt sehen. Ja, Joan, morgen früh. Jetzt trink einen großen Whisky, leg eine hübsche Platte auf und Schluss mit den dummen Gedanken. Ray! Ja? Gut, Ray. Ich werde es versuchen. Miss Petri. Ja, Doktor? War Miss Hudson nicht für 10 Uhr angemeldet? Ja, Doktor. Es ist halb elf. Rufen Sie sie bitte an. Hallo, ist Miss Hudson da? Nein, ich... Hier ist die Sprechstundenhilfe in der Praxis, Doktor Flemming. Sie war für heute Vormittag hier angemeldet. Ja, danke. Doktor, bei Miss Hudson war ein Mann im Apparat. Er sagt, er sei vom Büro des Leichenschauhauses. Versuchen Sie es nochmal. Vielleicht haben Sie die falsche Nummer gewählt. Hallo, hier nochmal Praxis, Doktor Flemming. Ist Miss Hudson da? Sie verstehen offenbar nicht. Doktor Flemming ist Ihr Psychiater. Ich versuche nur, eine Information zu erhalten. Geben Sie mal her. Hallo? Hier ist Doktor Flemming. Wer ist da? Miss Hudson ist in meiner Behandlung. Ich möchte wissen, was passiert ist. Hören Sie, ich bin Ihr Psychiater. Was für ein Unfall war das? Wen kann ich anrufen, um das zu erfahren? Können Sie denn nicht begreifen, dass ich... Wenn Sie meinen. Miss Petry, ich fahre mal kurz weg. Der nächste Patient möchte warten. Wo ist sie? Ich habe gefragt, wo sie ist. Sie hat sich mit Schlaftabletten vollgestopft. Ich hätte nicht gedacht... Was hätten Sie nicht gedacht? Was hätten Sie nicht gedacht, Lieutenant? Naja, ich habe Sie gestern verhört. Wahrscheinlich bin ich etwas zu weit gegangen. Ich habe gesagt, ich würde Sie schnappen durch Sie. Sie mussten Sie mit Ihnen einziehen, nicht wahr? Konnten Sie das nicht voraussehen? Oder war es Ihnen gleichgültig? Wollen Sie mich belehren, Doktor? Ich bin dafür verantwortlich und ich muss damit fertig werden. Aber vergessen Sie bitte eins nicht. Wir beide haben das Mädchen auf dem Gewissen. Wir beide. Den Selbstmord hat sie doch nur begangen, um Sie zu schützen. Das wissen Sie so gut wie ich. Ihretwegen, Doktor. Übrigens gratuliere ich Ihnen. Sie haben es geschafft, jetzt sind Sie sicher. Besser konnte es für Sie überhaupt nicht kommen. Sie war die Einzige, die Sie hätte verpfeifen können. Ich kann Sie nun nicht mehr fassen, Doktor. Niemand kann es. Sie sind aus dem Schneider. Sie haben gewonnen, Doktor. Das Dumme ist nur, dass Sie nicht bekommen haben, was Sie wollten. Was soll das nun schon wieder bedeuten? Ich meine, Joan. Sie liebten Sie, Sie wollten Sie heiraten, Sie waren bereit, für Sie zu morden. Nun ist sie nicht mehr da. Alles Planen, alle Mühe war umsonst. Und Sie bleiben mit leeren Händen zurück. Was bezwecken Sie eigentlich damit? Gar nichts. Gar nichts bezwecke ich damit. Es kam mir nur so in den Sinn, von jetzt auf werden Sie ein verdammt einsamer Mensch sein, Doktor. Vielleicht wäre dies der richtige Augenblick für Sie, reinen Tisch zu machen. Was erwarten Sie? Dass Sie die Wahrheit sagen. Wollen Sie mir die Beichte abnehmen? Ihr Geständnis würde genügen. Gibt es noch was, das Ihnen das Leben lebenswert macht? Denken Sie mal nach, Doktor. Das Mädchen ist nicht mehr da. Und nach allem, was war, sind Sie etwas schuldig. Meinen Sie nicht auch? Sie sind wirklich ein komischer Vogel. Das war nicht als Witz gemeint. Auf mich hat es aber komisch gewirkt. Sie erwarten also von mir, dass ich den Büßer spiele. Meine einzige große Liebe ist Tod, das Leben lohnt sich nicht mehr. So war es doch. Nein, ich wollte nur sagen, wenn Sie das Mädchen geliebt haben, dann... Geliebt habe, Lieutenant? Sie, Jan Columbo, ich habe Sie maßlos überschätzt. Ich glaubte, Sie hätten etwas mehr Menschenkenntnis. Ich habe dieses Mädchen nie geliebt. Ich bitte Sie, Doktor. Es ist die Wahrheit. Wir sprachen neulich über einen hypothetischen Mörder, nicht wahr? Er brauchte ein Alibi. Das Mädchen war ihm hörig, also hatte sich ihrer bedient. Das ist alles. Nein. Sie haben Ihre Frau umgebracht, weil Sie das Mädchen geliebt haben. Wenn ich meine Frau getötet hätte, und dafür gibt es keinen Beweis, hätte ich es nur für mich selbst getan und nicht für eine billige kleine Schauspielerin. Sie hat Ihnen bei dem Mord geholfen. Sie hätten sich heiraten müssen, Doktor. Keineswegs. Irgendwas hätte man arrangieren können. Vielleicht einen kleinen, netten Unfall. Das hattest du also auch schon vorausgeplant? Der Lieutenant sagte, ich würde was Interessantes zu hören bekommen. Wann sie jetzt ein Geständnis erblieben ist hat. Das hattest du auch schon.